So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf The Pure Pros HD. Wir vergleichen heute mal für euch einen kubischen Kanonenschlag und den King Cobra Böller. Und zwar nicht normal gezündet, sondern unter einer Blechdose. Wir beginnen mit dem Kubi. Ein King Cobra. Also hier ist die Konservendose und King Cobra hat sie zwar nicht hochgeschleudert wie mich, aber dafür ordentlich zerfetzt, weil King Cobra war zu groß für die Dose und deshalb hat sie nur zerfetzt, aber auch schon ordentlich. Der Kubi hat damit gar nichts gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017